Arbeiten ist das Schönste, was es gibt, Motorik zu lernen oder vielleicht mal technisch zu basteln. Also ich kann mal deinem Handy reparieren, aber ganz ehrlich, wie so eine Eisenbahn. Ich habe mit der Eisenbahn groß gebaut, ich habe sie selbst repariert. Ich habe meine erste Jungerfahrung in acht Jahren mit einer Eisenbahn gehabt, weil ich sie reparieren wollte. Ich habe alles gebastelt. Das ist völlig verloren gegangen. Der Modellbau ist in dem Sinne ja am Kränkeln. Das ist auch eine Chance, eine Renaissance für solche alten, schönen Sachen wieder zu finden. Das ist auch eine Chance. 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 Das ist auch eine Chance.